hier so gut wie jedes wochenende verbringe und eigentlich so hauptsächlich alle meine sozialen interaktionen hier stattfinden meditativ und erdend krass rumreisen festival tour und parties gutes essen gute ideen und gutes wetter once again gezeigt worden ist wer privilegiert ist und wenn ich um zu reflektieren und dinge zu verändern familie ist erschüttert und vielleicht aufgeweckt unabdingbar systemrelevant weil menschen sonst verhaftet werden in ihren lebensrealitäten und keine möglichkeiten haben neue wege zu denken unterstützung für kulturschaffende und die das runterfahren von industriellen prozessen dass wir alle verantwortung für unsere gemeinschaft tragen der erste klub wieder aufmacht der erste klub wieder aufmacht das stimmt ein bisschen einfach